Wo kommt Ephedrin vor? Egal ob aus Pflanzen gewonnen oder synthetisch hergestellt, Ephedrin wird aufgrund seiner sympathomimetischen Wirkung für vielfältige medizinische Zwecke verwendet. Warum wurde Ephedrin verboten? Lange Zeit wurde Ephedrin als Standardmedikament bei der Behandlung von Asthma-Bronchale genutzt. Jedoch wurde der Wirkstoff oft als Appetitziegler und Partidroge missbraucht. Wie ist die Wirkung von Ephedrin? Ephedrin wird sowohl als Arznei als auch in Drogenform hauptsächlich in Form von Kapseln oder Tabletten aufgenommen. Die Substanz regt das sympathomimetische Nervensystem, fight or flight, an, indem sie für die vermehrte Freisetzung von Adrenalin und Noradrenalin sorgt. Wie hilft Ephedrin genau beim Abnehmen? Ephedrin wurde und wird noch immer zum Abnehmen eingesetzt. Es unterstützt die Gewichtsreduktion einerseits durch die Appetizügelnde Wirkung und andererseits durch einen erhöhten Grundumsatz und Thermogenese. Wie hilft Ephedrin bei einer Leistungssteigerung? Eine Kombination aus Ephedrin und Koffein kann nicht nur zur Gewichtsreduktion führen, sondern auch die sportliche Leistung fördern. Insbesondere bei hochintensiven Einheiten, wie Gewichtstraining, erzielt Ephedrin einen spürbaren Effekt. Welche Gefahren verbergen sich hinter dem Wirkstoff Ephedrin? Ephedrin führt durch seine sympathomimetische Wirkung zu einem Anstieg des Blutdrucks und der Herzfrequenz. Die Wirkung tritt nach ca. 20 bis 60 Minuten ein und kann bis zu 8 Stunden anhalten. Warum kann man noch immer Fettburner mit Ephedrin kaufen? In den USA verhält es sich so, dass die Gesundheitsbehörde lediglich Produkte mit Ephedrinalkaloiden verboten hat. Nicht aber die Pflanze Ephedra selbst. Somit können Substanzen, die Ephedra-Extrakt enthalten, in denen USA legal verkauft und gekauft werden. Kann man Synephrin als Ersatzstoff bezeichnen? Synephrin wird aus der Bitter-Orange-Citrus-Auranzium gewonnen. Es ist ein Wirkstoff, der allein oder in Kombination mit anderen Wirkstoffen in Fettburnern als Unterstützung für die Gewichtsreduktion verkauft wird. Gibt es alternative Fettburner ohne Ephedrin? Bei dem Wunsch einer Gewichtsreduktion ist es am besten, sich eine gesunde und ausgewogene Ernährung anzueignen und zusätzlich ausreichend Sport und Bewegung zu betreiben. Wer die Abnahme trotzdem durch sogenannte Fettburner unterstützen möchte, sollte auf jeden Fall zu Substanzen greifen, die kein Ephedrin enthalten. Gibt es alternative Leistungssteigerungsmittel ohne Ephedrin? Es gibt einige Möglichkeiten, deine Leistung auch ohne Produkte, die Ephedrin enthalten, zu steigern. Gerade mit der richtigen Ernährung und einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr bist du bereits gut vorbereitet für ein leistungsstarkes Training.